Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi-Blog in eigener Sache. Wir sind zurück aus Japan, du schon ein bisschen länger mag. Ich bin erst seit zwei Wochen wieder da und so langsam wieder wach. Ja, wir wurden in letzter Zeit häufig gefragt, gibt es dieses Jahr wieder ein Weihnachts-Outlet? Und ganz klar, nein, es wird kein Weihnachts-Outlet geben, es gibt eine Weihnachts-Outlet-Strecke. Und zwar, wir haben wie in den vergangenen Jahren auch im September wieder kleine Karaschikoi bekommen, die in diesem Jahr geboren wurden, also Zucht 2018. Und die haben wir jetzt auch mittlerweile stattliche Größe gebracht. Die Größen müssten so auf 25, 28 cm gehen. Wir konnten ab 22 cm wie letztes Jahr wieder das Geschlecht bestimmen. Marc hat selektiert wie ein Großer und wie im letzten Jahr auch, hat die Zahl der Männlein und Weiblein oder war die Zahl der Männlein und Weiblein in etwa gleich groß. Und von daher, da man es vorher nicht wusste, müssen wir auch davon ausgehen, dass also die Wahrscheinlichkeit, dass es stimmt, extrem hoch ist. Natürlich wird es da immer Ausreißer geben, aber sollte das bei Ihnen der Fall sein, wenn Sie sich einen kaufen, dann dürfen Sie uns selbstverständlich ansprechen. So, und da wir jetzt in letzter Zeit auch viel von Kunden gefragt werden, die, die eine Innenhälterung haben, besteht die Möglichkeit, dass wir vor Weihnachten noch etwas kaufen. Wir hätten gerne ein bisschen was in unserer Innenhälterung, was wir über den Winter groß machen können, haben wir uns entschieden, dass ab dieser Woche, immer von Mittwoch bis Samstag, können Sie sich einen Termin geben lassen, kommen Sie vorbei, holen Sie hier ab und Sie werden sehen, Sie werden richtig Spaß mit den Kleinen haben. Diese Woche war Niklas da, Niklas hat sich letztes Jahr drei oder vier geholt, die waren auch so um die 25 Zentimeter, der Größte hat jetzt 75 Zentimeter, beim Reini ist, glaube ich, der Größte mittlerweile 6,77 Zentimeter, also da geht richtig was. Und ich glaube, der Kleinste beim Niklas hat jetzt 68 von denen. Also absolut gigantisch, bombastisch, auch bei uns oben, die, die wir gerade noch für Kunden groß machen, die jetzt Nisai sind, sind auch wirklich perfekt gewachsen. Und da sind natürlich viele Reisen, viele unserer Kunden reisen von weit her an und da Sie die Katze nicht im Sack kaufen wollen, möchten wir Ihnen ganz kurz die einzelnen Qualitäten, die wir jetzt gerade haben, vorstellen, präsentieren. Und Marc ist dazu so freundlich und macht die Bowls auf. Hier sind wir bei den Männchen. Die Männchen, wie gesagt, die sind jetzt so zwischen 18 und 2, 23 Zentimeter. Alle Farben, alle Beschubungen, perfekte Beschubungen, nicht so gute Beschubungen mit allem drum und dran. Und die Männchen können Sie für 100 Euro das Stück haben. Und glauben Sie mir, auch die können gewaltig groß werden. Also die mit dem besten Körper dürfen Sie auch ein Wachstum von 85 Zentimeter und mehr erwarten. Und die, die kleiner sind, wir haben die, nachdem wir gesehen haben, dass es Männchen sind, haben wir sie auch nicht mehr groß auf Wachstum gefüttert. Wir müssen hier auch auf den Platz achten. Also das ist die günstigste Kategorie. Das sind die Männer. Dann haben wir hier Mädels. Da sind schon richtig Gute dabei. Und ich kann Ihnen auch hier versprechen, nicht nur die Größe spielt eine Rolle. Manchmal sind Koi, wenn die jetzt unter Großen schwimmen und sie noch etwas, die zurückgeblieben sind, dann wachsen die nicht so gut und sind die Plätze unter Gleichgroßen, gehen die ab ohne Ende. Das sind also die kleinsten Weibchen. 200 Euro pro Stück. Und keine Sorge, wir haben nicht nur die Koi, die wir Ihnen gerade zeigen, weil uns sind die Becken hier wirklich gerammelt voll. Und wenn Sie jetzt den direkten Vergleich sehen zwischen denen und denen, dann sehen Sie auch gleich, warum die hier 300 kosten. Und da hat es schon richtig gutes Material dabei, also richtig gute Karaschis, wo Sie also ein Wachstum auf 80, 85 auf jeden Fall voraussetzen können. Und je nachdem, welche Möglichkeiten Sie in der Aufzucht haben, natürlich auch noch deutlich größer. Dann haben wir, hatte ich doch gerade gesagt, Marc hat mich gerade gemaßregelt, ich hätte keinen Preis gesagt, das war 200 Euro. Und dann kommen wir hier zum 300 Euro Becken. und die sind vom Körper momentan noch mal ein deutliches Stück besser. Etwas kräftiger, etwas höher, etwas breiter. Und da beginnen schon die richtigen Leckerbissen. Aber bei Koi gibt es ja nach oben keine Grenzen bekanntlich. Und dann sind wir hier noch mal eine Stufe besser. Das sind dann die 500 Euro Exemplare. Und Sie glauben nicht, wenn die jetzt untereinander schwimmen würden, würden Sie den Unterschied sofort sehen. Sie sagen jetzt vielleicht, was ist denn der Unterschied zwischen 300 und 500 Euro. Wenn Sie hier sind zum Selektieren, können wir mal zwei zusammen in eine Banne tun. Und dann fällt Ihnen das schnell auf. Und unter diesen werden wir dann auch diejenigen finden, die mitunter das Potenzial haben auf 100 Zentimeter und mehr. Ich habe, als wir selektiert haben, habe ich Makoto einige Bilder geschickt, habe ihn gefragt, was er von denen hält, ob unsere Selektion gut war. Und dann hat er gesagt, Marki hat es super gemacht. Nein, wir haben das gemeinsam gemacht. Aber Mark hat jetzt im zweiten Jahr auch schon einiges an Erfahrung. Und er ist halt jemand, der hier Tag für Tag die Karachi sieht, sieht, wie sie wachsen, auch wie sie zum Teil auseinander wachsen. Und ich kann Ihnen sagen, bei der Selektion ist Erfahrung alles. Oder, Mark? Das kann man so sagen. Das ist kein so großes Hexenwerk. Und er durfte auch bei Makoto in Japan nebendran stehen, als ich den Blog gemacht habe, das Geheimnis der Karachi-Selektion. Er hat es mitbekommen, um was es geht. Das war Makoto auch wichtig, dass wir das wissen, dass wir, wenn wir für Sie selektieren, dass wir Ihnen auch die entsprechend guten Tiere rausholen. So, also, ab diesem Mittwoch bis Samstag und nächste Woche auch nochmal Mittwoch bis Samstag, haben Sie also sechs Tage, wo Sie zu uns kommen können, geben wir Ihnen Termine. Und wie gesagt, sorgen Sie sich nicht. Wir haben hier wirklich beckenweise kleine Karachi-Goi und auch die Männchen taugen. Aber was ich Ihnen gleich sagen kann, Aufzucht können wir Ihnen nicht anbieten. Unsere Becken sind wirklich voll. Also, wir brauchen dann auch Platz fürs Frühjahr. Und da haben wir wirklich im Moment nicht mehr für einen einzigen, oder? Also, Marc ist da auch strikt dagegen. Nein, er hat es eigentlich zu entscheiden, weil er muss die Anlage hier managen. Und da haben wir gesagt, die, die eine Innenhälterung haben, laden wir herzlich ein. Und alle anderen müssen halt dann leider bis ins Frühjahr warten. Aber da haben wir dann selbstverständlich auch noch welche. Machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihr Interesse und eine schöne Vorweihnachtszeit. Vielen Dank.